Es klingelt jetzt, ne? Thomas? Nein, das bist du... Hör mal, schön, dass du da bist. Ich hab ja bis zum letzten Augenblick irgendwie doch gezweifelt, ne? Hör mal, du hast doch gesagt, du rufst mich zwischen 10 und halb 11 an, da wusste ich, dass ich um halb 12 dran bin. Nein, ich habe nicht daran gezweifelt, dass du dran bist. Ich weiß, du bist verlässlich und umsichtig und man kann sich da wirklich auch verlaufen. Nein, ich hab gezweifelt, dass wir überhaupt bis halb 12 kommen mit der Sendung. Wieso? Es läuft doch fantastisch. Es läuft so unglaublich. Ich wünschte... Hör mal, dieses Lachen, bitte, das tut mir weh, das kannst du mir ersparen. Ich schaue jetzt hier gespannt auf das Bildtelefon, merke ich gerade, und sehe natürlich da nichts da hinten, ne? Ne, weil ich hab ja kein Ziel, deswegen kannst du auch nichts. Ich weiß, deswegen sehe ich auch gar nichts, ne? Ich kann ja beim Telefonieren ein bisschen rumgehen, wenn ich darf, ne? Ja, gern. Wie geht's dir so? Großartig, ich hab die Sendung ja von Anfang an gesehen. Ehrlich? Ja, das ist ja... Bist du die ganze Zeit rangeblieben? Ich bin die ganze Zeit rangeblieben. Ja, darf ich dir was sagen, das fällt mir auf, du hast also jetzt sozusagen schon so eine Art Viva-Sprache aufgenommen. Du hast heute am mindestens fünfmal gesagt, ich liebe euch. Erst hast du Otti Fischer gesagt, ich liebe ihn, den du natürlich nicht erreicht hast mit Bildtelefon. Dann hast du den Jakob Sisters gesagt, ich liebe dich. Ja, gut, die Jakob Sisters liebt jeder. Dann hast du den Rechtsanwalt, der Kinder Sex-Triebtäter verteidigt, wie gesagt, ich liebe dich. Also, so kenn ich dich nicht. Das ist eine völlig neue Not an die, die aber sehr, sehr gut zu dir passt. Es macht dich irgendwo sexy. Darf ich das sagen? Wir kennen uns lang genug. Wenn du sagst, ich liebe dich. Und ich hab noch was wahnsinnig Interessantes gelernt. Billy, dein Hund, ja? Ja, ja. Wenn es ihm langweilig wird, bellt er? Ja. Ich hab dich teilweise jetzt vor Bällen nicht verstanden, während einzelner Phasen in der Sendung. Naja, weißt du, ich bin sehr, sehr glücklich, dass es manchmal auch einen Grund gibt, dass man mich nicht versteht. Normalerweise braucht niemanden zu bellen, man versteht mich auch nicht. Und das weißt du genau. Es ist so, dass ihm manchmal langweilig wird. Ja. Hast du jetzt gelacht? Nee, würdest du mir einen Gefallen tun? Ja. Geh mal einmal für mich zum Tisch und sag, kurzen Schluck Tee. Weil das ist meine Lieblingsgeste von dir heute Abend. Gerne, ein Tischchen. Da steht ein Tättchen. Ja, klar, klar. Ja, steht ein Tättchen. Schön langsam, effektisch. Ich geh jetzt da rüber zum Tischchen. Und du siehst so geil aus. Weißt du, diese, 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 diese Sender über deinem, du hast ein ähnliches Gesäß wie Michael Douglas in Basic Instinct. Darf ich das sagen? Wirklich? Du, ich bin sehr froh, dass du nicht gesagt hast, ich habe eine ähnliche Unterwäsche wie Sharon Stone. Nein. Ich geh aber jetzt trotzdem hier an die Tasse und sag aber, dass du Tee trinkst. Zwischendurch braucht man mal einen Schluck Tee. Genau. Und nochmal absetzen die Tasse und noch kurz was sagen. Ohne Tee könnte ich so eine Nacht nicht überstehen. Hör mal, wieso mache ich eigentlich alles, was du mir sagst? Nein, das war ja nur Gefallen. Achso, achso, ja. Es klopft hier an der Tür. Machen wir kurz, das ist, glaube ich, Billy. Das ist keine, hallo Billy, da bist du ja endlich wieder. Hallo Billy. Magst du mit dem Harald Schmidt reden? Komm, sag mal was hier. Billy, geh mal aufs Bett hoch. Komm, Billy. Geh mal aufs Bett. Wo ist die Haie, Billy? Wo ist die Haie, Billy? Wo ist die Haie? Du Feuerstein. Weißt du, was mir so gefällt, ist, dass du die Hunde so liebst. Isst du denn noch was? Ich habe noch ein Leberknüddelsüppchen, weil in Bayern sind ja die Staffordshire Terrier verboten. Und ich dachte, vielleicht wird das wieder erlaubt, wenn ich jetzt eine bayerische Leberknüddelsüppel esse. Ich habe auch noch ganz viele Sachen. Ich stelle jetzt ein Bild wieder weg hier. Ja. Weil irgendwie auch die schönsten... Der Hund geht aufs Bett Feuerstein hinter dir. Du hast ihn verboten. Oho, jetzt fühle ich mich aber richtig wohl. Ja. Also im Prinzip... So hat es ihn verboten. Nein! Nein! Billy, schön Haier, Haier. Na, warte. So süß. Und nicht, dass du hinter mir... Nicht, dass du mir hinter mir wieder drauf gehst. Feuerstein. Warte mal, ein kleiner Augenblick. Das ist eine Sache zwischen mir und mir. Geh'n schön ins Körbchen, fein ins Körbchen, fein ins Körbchen, weißt? Sonst ruft der Harald Schmidt an und sagt, du darfst nicht mal das mehr, weißt du? Weil ich darf ja auch fast nichts. Und ich muss jetzt hier diesen Ding wieder abnehmen, da diesen... Diesen Blinker. Diesen Blinker, ja. Der hat aber unten geblinkt, ne? Er hat unten geblinkt, das ist ganz wichtig. Tschüss Schmidt. Tschüss Feuerstein. Bis dann, ne? Ja, du, total. Ja, tschüsschen. Ich bin in einer Dachwohnung über den Dächern von Köln. Zusammen mit einem Hund. Süß. Ja. Nein, wie lieb. Ja, weißt du... Der wird ja aber was von den Sympathien abnehmen, da muss ich warnen, hätte ich nicht gemacht. Es muss nicht sein. Also weißt du, ich bin's nun mal gewohnt, mit Tieren langfristig zu arbeiten. Und hab natürlich da auch... Ich bin's nun mal gewohnt, mit Tieren langfristig zu arbeiten.